Liebe Freunde, in ihren Weihnachtsansprachen haben all diese Festen der Kartellparteien inklusive unserer Landtagspräsidentin, der eigene Ilze, Gülle über unsere bayerische AfD, über unsere neue Fraktion ausgekippt. Was sagt uns das? Alles richtig gemacht 2023. Nur wir als Alternative für Deutschland sind die politische Kraft, die diesen Kartellparteien den Spiegel vorhält. Der zeigt, was dort in München und besonders in Berlin bei der Ampel-Abrisstruppe alles falsch läuft. Nur wir sind die Partei, die Politik für Volk und für Vaterland macht. Auch 2024 mit euch zusammen. Und da freue ich mich drauf. Euer Martin, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Namen der ganzen AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017